Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Wechselkarussell und diese Woche haben wir unter anderem Phanatic und die Ninjas in Pyjamas, also zwei schwedische Teams für euch. Ja, wir fangen an mit Phanatic, da ist ja zuletzt Lekro gegangen und Crimps dafür gekommen, also man hat sich da nochmal verstärkt, jetzt durfte auch Venton gehen und dafür ist Disco Dopplan gekommen, der vorher bei Epsilon Esports gespielt hat. Und Disco Dopplan, den Namen habt ihr schon mal bei den Ninjas in Pyjamas gesehen, denn der hatte, dadurch dass Pythia ausgefallen ist, kurzzeitig als Stand-In fungiert und ein paar Spiele mitgespielt und hat sich da auch sehr gut präsentiert. Und das wird natürlich auch ein Mitgrund gewesen sein, warum Phanatic jetzt gesagt hat, den Jungen, den schnappen wir uns, denn damit können wir wieder an der Weltspitze angreifen. So, der zweite Wechsel für diese Woche ist bei den Ninjas in Pyjamas und es ist was, was irgendwann natürlich wieder kommen musste, denn die Frage war immer, bleibt Maike Lele im Team und Püff fliegt raus durch diese Verletzung oder kommt Püff tatsächlich wieder zurück? Und es ist so gekommen, dass er wieder zurück ist. Maike Lele verlässt das Team, in einem kurzen Statement bedankt man sich für die Zeit, in der er ausgeholfen hat und ja, Püff ist wieder mit an Bord. Der hat Bock, hat auch schon im Statement gesagt, dass er halt unruhig geworden ist, wenn er die Spiele gesehen hat, dass er unbedingt helfen wollte und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Das ist einfach blöd, wenn man draußen sitzt und sieht, wie das Team gerade am Verlieren ist. Ja, Püff wieder mit dabei und was passiert mit Maike Lele? Wir wissen es nicht. Er wird wahrscheinlich ein neues Team finden, aber was für ein Team das sein wird, keine Ahnung. Ja, das war es auch schon mit dem Wechselkarussell. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurze, kurze Ausgabe, aber ich habe es auch letztes Mal schon mal gesagt, wir gehen ganz stark aufs Major zu und da kann man nicht mehr so viele Wechsel vornehmen, denn die Teams, die müssen sich natürlich vorbereiten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weitere Folge des Wechselkarussells und unserer vielen Specials verpasst. Also macht's gut und haut rein! Und dann den Kanal zuauen, damit ihr Coach zu abonnieren. Also gemacht's euch den Kanal zu wenn euch das Video gefallen hat. Vielen Dank.